Der Planet 2MASSJ21268140 ist nur etwa 100 Lichtjahre von der Erde entfernt und befindet sich im Sternbild Oktan. Er hat etwa die 12- bis 15-fache Masse des Jupiters. Damit liegt er an der Grenze zwischen einem massereichen Gasplaneten und einem kühlen braunen Zwerg. Der Planet umkreist einen kleinen roten Zwergstern namens TYC94869271. Der Planet umkreist seinen Stern in einem Abstand von etwa 6900 astronomischen Einheiten. Das bedeutet, dass der Planet 6900 Mal weiter von seinem Stern entfernt ist als die Erde von der Sonne, dementsprechend braucht er auch etwa 900.000 Jahre für einen kompletten Umlauf um seinen Stern. Trotz der großen Entfernung gehen Modellrechnungen davon aus, dass auf 2MASSJ21268140 eine Temperatur von etwa 1800 Grad Celsius an der Oberfläche herrschen könnte.